Du willst deine Klimabilanz verbessern, aber weißt nicht, wo du anfangen sollst? Wir zeigen dir, womit du am meisten erreichst. Engagement. Als MitteleuropäerInnen gehen wir eine Grundschuld ein. 730 Kilo verursacht jede und jeder von uns, allein weil wir in Deutschland leben. Das sind die Emissionen des Staates. Sie entstehen, weil der Staat uns die Infrastruktur wie Bildung oder Wasserversorgung bereitstellt. Die Wirkung von persönlichem Engagement kann man da gar nicht beziffern. Sie ist nach oben offen, denken wir etwa an Greta Thunberg. Ohne unser Mitwirken geht es wohl nicht. Die Politik ist oft zögerlich und auf Mithilfe angewiesen. Aber auch wenn nicht demonstrieren geht oder Unterschriften sammelt, kann etwas tun. Immerhin 60 Kilo kompensierst du, wenn du einen Baum pflanzt. 10.870 Kilo Treibhausgase, also fast die deutsche Pro-Kopf-Jahres-Emissionen, kannst du für 250 Euro kompensieren. Das sind gute 20 Euro, die du monatlich zurücklegst. Mit dem Geld unterstützen Anbieter Klimaschutzprojekte, die die weltweite CO2-Emission verringern. Im Grunde ganz einfach.